Und herzlich willkommen zu Dragon Ball Dragon Blast 2 Panomaro 68, wir spielen Son Goku und das hier gegen die Genio Force. Wie müssen wir auf den grünen Zweig kommen? Wir müssen die schnell wegballern wegen Gesundheit und so. Weil die geht ja automatisch runter. Wäre nicht so toll, wenn wir bei Genio Kein Leben mehr hätten. Hey, bleib stehen. Ich habe nur auf dich gewartet, Rikun. Ich muss schnell weg und steigern dich. Ich bin Angst, dass du Angst hast. 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 Man, die doch endlich platt. Die doch endlich platt, du sau, du sau. Wir wissen doch, dass die Geniohans gegen Google. Das ist irgendwo hier. Hallo. Ja, der verpiss dich ja dauernd. Ich hasse Barter. So, Superzeugen Level 2. Okay, let's go. Wo ist der? Easy. Super Kamehameha. Super Kamehameha. Das reicht. Oh, müssen wir es schaffen. Oh, Sloth Sloth. Oh Gott, der ist ja direkt vor mir. Oh Gott. So, dann wollen wir mal. Gut. Superzeugen Level 2. Das ist Zeit für eine True Kamehameha. Ich hoffe, das hat weh getan. Ich hoffe, das hat weh getan. Oh, da komme ich bis hin. Scheiße, Mann. Oh, ne. Ich hätte es geschafft. So, ne. Das regt mich jetzt auf. Oh. Scheiße, Mann. Ich glaub's nicht, ey. Das ist einfach unfassbar, Mann. Oh. 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 Oh porras. Ja. Dieberia. Ja. Auf accommodation. queue moment, werfen. Ja dieberia. Ja dieberia. yourself. Görebi. Sahäh. Ja dieberia. Ja dieberia. Komm schon, das müsste reichen. Flurikon! So, bislang gut, bislang noch gut. Bis Badab auch. So, tschüss. Das war Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 3. Tschüss. Ich spüre die Kräfte eines Super Station Level 2 Gs. Okay, let's go. Full of power. Diesmal mache ich auf keinen Risky hier. So, tschüss. Hat mir gerade gereicht. Hallo, Genio. Super Station Level 3 und True Crumma hinterher. Falls mir ruhig die Herzpose zeigen. Spüre die True Crumma hinterher. Und die Super Kamehameha. Und eine geballte Fußtritte. Geschafft. Wir haben es geschafft. Hm, das ist so schlecht. so in dem part werden wir eigentlich gar nicht viel schaffen wir werden jetzt noch die unten die schurke machen blitz kam er mir her rücken an rücken mit einem mit einem gewaltigen gegner ich habe mir gefühlt dass wir alles freischalten müssen also alles beenden müssen dann können wir erst die ultimate kämpfe wir siegen die schurkenhelden gegen scout vegeta freezer cell kid boo und bro ist ja nix ne also gut eben eine rejekte kann passen die leute in die train ist hart genug let me assure this is one fight that no amount of training could prepare you for ja normal immer Das kostet so viel Energie, ne? Das kostet so viel Energie. Ich glaube, ich kann ein wenig spielen. Super Serien, wie in den Firma. Ich werde dich aufhör. Wie macht mich verrückt? Freize! Aber was ist passiert? Ich werde dich nie verabschieden. Ich werde dich nie verabschieden. Du! Dann! Tony, komm, komm! Ja! Die nehm ich mal richtig... Wow! Scheiße, das war zu weit weg. Ich verschwende zu viel Energie an Freezer. Ich habe eigentlich in der Super-Zeichen-Form überlegt. Scheiße, ich habe schon zwei Energiebalken weg. Wie soll ich das schaffen? Okay. Dann wollen wir mal. Tony, Kamehameha! Oh! Es ist Zeit, dir meine volle Kraft zu zeigen! Oh! Ist es mein Turn schon? Okay, das ist genug warm. Gut, da müssen wir Super-Zeichen-Level 2 machen. Geht nicht anders. Okay, los geht's! Das geht nicht anders. Aber Cell hat nicht so viel Leben. Aber Cell hat nicht so viel Leben. Sagt er und wurde weggeschleudert. Ich muss noch gegen Kid Buu kämpfen! Oder gegen Brody! Scheiße, man! Jetzt geh weg! Cell sagt gar nichts, okay. Da muss ich gleich in die Super-Zeichen-3-Form gehen. Es hat nix... Ich werde dich wegwerfen! Geh bereit für die reale Detail! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, das ist ja heftig! Ich überrasse dich! Das ist heftig! Das ist heftig, heftig, Baby! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Auch ein Reject kann eine Elite passen, wenn er hart genug trainiert. Lass mich dir zufrieden, das ist ein Punkt, wo ich nicht genug bin. Das ist schwer genug, aber dann müssen sie noch die Schwierigkeit rein tun, dass ich Leben verlieren. Warum? Nice try! Ha! 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 He's still hardly trying, and yet his speed and techniques are all behind my own! I'm super elite! There's no way a lower-class warrior like him could beat me! Time to die! Oh ja! Das muss reichen! Ah, marathoners muss reichen! Und tschüss! Ich würde gerne machen wie Frazors Motor aussehen. Ich kriege so viel Schaden rein, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt spielt er noch mit dem Fußball. Ich krieg dich nicht da, ne? Komm schon! Es ist Zeit, dir meine voller Kraft zu zeigen. Oh, ist es schon mein Turnier? Oh, den muss ich noch schnell besiegen, ja, das gibt's nicht. Komm schon, mein... war Feuer. Die Ulti-Szene fiel ab, die Ulti-Szene richtig viel. Bleib bloß weg erstmal, Kid Buu. Das find ich eigentlich relativ cool. Oh, oh. Das war's. Ich bin tot. Nein, nicht hohe Spannung! Kipp um, kipp um! Ich werde es Spaß machen, Bruce. Ja, du musst einen Energieball, ich bin weg. Komm schon, zieh viel ab, zieh viel ab, zieh viel mehr ab, zieh mehr ab! Okay, damit kann ich leben. Nein! Komm schon! Nein! 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 Nicht so schlecht! Gut! Ich kann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part mit Trunks! Und ja, ich würde mal sagen, das war Part Nr. 68 von Dragon Ball 2. Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal! üss! Bis zum nächsten Mal.